Musik Herzlich willkommen in der Pauluskirche Darmstadt. Mein Name ist Lukas Euler. Ich bin hier seit November 2022 Kirchenmusiker und nach Konzerten und Gottesdiensten werde ich öfter mal gefragt, wie klingt denn eine Orgel, wenn man direkt nebendran steht? Und was bedient ein Organist eigentlich alles? Außer mit den Händen und den Füßen zu spielen, gibt es ja noch zahlreiche Knöpfe. Und wir haben uns gedacht, wir gründen jetzt eine Konzertreihe, die genau auf diese Fragen Antworten gibt, den Orgelsonntag. Der Orgelsonntag, unsere neue Reihe, findet erstmals am Sonntag, den 12. März um 11.15 Uhr hier in der Pauluskirche statt. Komponist des Tages wird Franz List sein. Sie sind ganz herzlich eingeladen, das Konzert von unserer Orgelempore aus zu verfolgen und zu sehen, was ein Organist beim Spielen alles zu tun hat. Die zweite Veranstaltung dieser Reihe findet am 16. April statt. Komponist des Tages wird da Johann Sebastian Bach sein. Und die dritte Veranstaltung ist für den 14. Mai geplant und Komponist des Tages wird Charles-Marie Midor sein. Schauen Sie doch gerne vorbei, wir freuen uns auf Sie. Schauen Sie doch gerne vorbei, wir freuen uns auf Sie. Schauen Sie doch gerne vorbei, wir freuen uns auf Sie.